Ja, ja, es gibt immer wieder Menschen, die sich fragen, warum sie morgens älter aussehen als abends. Nun ja, das könnte auch am falschen Bett liegen. Erleben Sie deshalb jetzt die besten Betten und Matratzen unserer Zeit und erfahren Sie alles über gesunden und erholsamen Schlaf. Natürlich bei Einrichten Schweigert in Maulburg. Anders, besser, erleben Sie selbst.